Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren schnellen Superlasion Platin mit dem neuen Spiel von Erdem Zen, Kickabit. Das Spiel kostet nur 99 Cent, gibt es für PS4 und PS5, kein Cross-Buy, kein Cross-Safe, keine weiteren Stacks, also hier nur einmal PS4, einmal PS5 platinierbar. Wir müssen hier 12 Level abschließen und insgesamt 15 Tore schießen. Das Ganze ist wirklich super easy, ihr könnt das Ganze hier wieder steuern, entweder mit dem linken Analog-Stick oder mit dem Steuerkreuz, was euch dementsprechend lieber ist. Hier kommen immer so Fußballspieler entgegen und ihr müsst da so blau-weiße Dinger da einsammeln. Und dann müsst ihr hier einfach nur Tore schießen. Wie gesagt, ihr braucht 15 Tore für die Platin, sollte also absolut gar kein Thema hier sein. Zu Beginn sind das hier immer nur 3, wo ihr einsammeln müsst. Ja, je höher wir in den Level kommen, desto mehr müssen wir dann hier auch einsammeln. So, easy, zack. Jetzt haben wir hier 5 Tore haben wir schon geschossen. Easy. Also eigentlich 6, wir haben 3 mal getroffen, aber 5 für die Trophäe, die wir gerade bekommen haben. So, jetzt sind wir hier wieder am Ende. Natürlich hier wieder Torschießen. Oh, den hat er gehalten. Oh, 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 oh. Okay, guter Tormann. Manuel Neuer. Zack. Okay, ja. Nicht dramatisch, wie gesagt, ihr müsst jetzt nicht hier zwingend alle 3 Bälle treffen. Wie gesagt, ihr habt insgesamt 12 Level Zeit, hier 15 Tore zu schießen. Wenn ihr da mal den einen oder anderen Patzer drin habt, ist das definitiv kein Problem, kein Weltuntergang. So, das war jetzt hier aber nochmal. So, jetzt, zack, schieße ich vorbei, kein Problem. Macht man so im Fußball. So, okay, aber wenigstens haben wir zwei getroffen. Ähm, ja, mein Gott. Wie gesagt, das muss nicht immer zu 100% perfekt sein. Erst recht nicht in der frühen Morgenstund. Aber ihr wisst ja, Morgenstund hat Gold im Mund, ne? Wie man immer so schön sagt. Bei mir ist das aber nicht so. Kann ich euch sagen. Kaffee heute Morgen leer gewesen. Ich hatte noch nicht eine Tasse Kaffee. Verdammte Scheiße. Ja. So fangt mein Wochenende an. Ohne Kaffee, liebe Leute. Wahnsinn. Aber Rettung naht. Die Frau bringt mit, wenn sie von der Arbeit kommt. Also muss für den Morgen erstmal Energy Ration. So, da sind wir wieder am Tor angekommen. Hier einfach wieder bam, 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 bam. Zack. Ah, da hat er wieder alles gegeben. Alles hat er gegeben, um diesen Ball hier zu retten. Zack. Zack. Oh. Popo. Das erste Mal Schaden bekommen. Wahnsinn. Also ich habe eben schon das Spiel gespielt. Da habe ich nicht einmal Schaden bekommen, ne? Ich dachte, das wäre gar nicht möglich, tatsächlich. Okay, gut. Level 7 abgeschlossen. Nächstes Level. Hip. So, da sind wir wieder am Tor angekommen. Zack. Zack. Hat-Trick, liebe Leute. Hat-Trick. So, nächstes Level. Gleiches Spiel wieder von vorne. So, da haben wir sieben von sieben. So, da wir jetzt eigentlich schon 15 Tore geschossen haben, spielt das eigentlich keine Rolle mehr, ob ihr jetzt trifft oder nicht. Ihr kommt trotzdem ins nächste Level. So, den Herzen. Hälter natürlich, ganz klar, easy. So, nächstes Level. Ich glaube, jetzt haben wir hier noch zwei Level und dann sind wir hier an der Stelle auch eigentlich schon durch. Ja, ganze dauert hier roundabout sieben Minuten. Völlig okay. Der Preis ist natürlich auch wie immer völlig okay. Da kann man definitiv nicht meckern. 99 Cent-Spiele sind natürlich immer willkommen. So, da haben wir 9 vor 9. Zack. Einfach schießen, ob er jetzt hält oder nicht. Wie gesagt, spielt keine Rolle. Wir haben unsere 15 Tore schon geschossen. Kriegt er trotzdem noch zwei rein. Ist er machtlos gegen uns. Zack. So, letzte Runde hier. Noch einmal hier. 9. Blau, weiße. Ich weiß nicht, was es sein soll. Tatsächlich. Ob es sollt... Es ist schwierig. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr, was das sein soll? Vielleicht bin ich einfach nicht so... Für mich sieht es eher aus wie so ein Pilz im ersten Moment. Weißer Stiel. Blauer Kopf. Kriegst du Halluzinationen. Bist du Hai wie Schwein. Aber ich habe keine Ahnung, was es sein soll. So, aber spielt auch keine Rolle. Denn... I doubt it. Liebe Leute, wir haben die Platin 100%. Und damit verabschiede ich mich. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo. Da würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns gerne in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut und Servus. Bis dahin macht's gut und Servus.